Was ist aus mit dir, Skylander? Der Bobot ist jetzt hier. Ich hole ihn in die Backe mit der Robo-Arb-Tracke, leg die bloß nicht an mit mir. Ja, du hast keine Chance, Skylander, doch gewinnt die erste Runde. Denn meine Kraft fängt nicht ab, der Bobot wird nicht schlapp, bis die Stadt Arthus ist gefunden. Heut stopp, Pause, Skylander, mein Bobot war nicht mehr wichtig. Aber pass nun mal auf, denn du gehst gleich drauf, schlag dich zu, dann bist du mächtig. Was hast du getan, Skylander? Du verbringst und misst nur unter. Können wir in deinem Zug reichen, die Systeme fahren runter. Ja.